Könnt ihr euch noch an das Top 5 Switch Spiele 2020 Video vom letzten Jahr erinnern? Well, das Video kam nicht so gut an. Nicht, weil das Video schlecht war, sondern weil die Liste größtenteils aus Ports und Remakes bestand. Ups, Spoiler. Dieses Jahr will ich es besser machen. Willkommen zur Top 5 Spiele von 2021 Liste. Ja, diesmal wird sich nicht nur auf Switch Spiele konzentriert. Oh, und ich meinte ja, ich würde dieses Jahr eine Top 10 Liste machen. Naja, also, dieses Jahr war auch nicht unbedingt besser für Videospiele, also gibt es nochmal nur 5 Spiele. Ach ja, und... Okay, fangen wir an mit Nummer 5. Oh mein Gott, Funny Clown von Friday Night Funkin hat ein eigenes Videospiel bekommen. Jokes beiseite, Magnus Project Nexus ist ein Beat'em up und ich bin zwar selber kein riesiger Fan von dem Genre, doch dieses Spiel ist einfach richtig cool und kann richtig süchtig machen. Das Spiel war seit über 7 Jahren im Development und ich finde, es hat sich ausgezahlt. Klar kann man argumentieren, dass das Spiel nicht so aussieht wie die Serie, sondern es einen 3D-Look hat. Aber ganz ehrlich, Gameplay geht über Grafik und das Gameplay ist echt richtig gut. Und auch wenn die Grafik nicht gezeichnet ist, ist sie trotzdem gut. Es macht einfach Spaß, wenn du kaputt zu hauen. Ob mit der Hand oder mit einer Waffe, ganz egal, ist einfach Fun. Ich hoffe, man hält mich jetzt nicht für'n Schläger. Man braucht keinen Fan von der Serie zu sein, um das Spiel zu mögen, aber come on, die Serie ist kostenlos auf YouTube und Newgrounds. Schaut es euch einfach an. Die Bosskämpfer sind richtig schwer, please stand up. Nummer 4 Okay, ich weiß, was ihr gerade denkt, aber lasst mich aussprechen. Totally Acred Battle Simulator, oder Tabs, wie es jeder nennt, ist ein Sandbox-Game, wo man ein paar Ragdolls auf Team Blau und ein paar auf Team Rot legt, bereit drückt und man zusieht, wie die gegeneinander kämpfen. Für die, die sich gerade denken, boah, das hört sich echt langweilig an, Mike, was zum Fick hast du bitte von dem Spielgeschmack? Zudem antworte ich, hast du noch nie ein Sandbox-Game gespielt? Das Spiel ist übelst funny. Tabs ist einfach genauso funny, wie andere Sandbox-Spiele, wie Terry's World oder sogar freaking Minecraft. Entweder man bekommt eine bestimmte Kategorie an Ragdolls, die man benutzen soll, oder man macht einfach irgendeine Scheiße, wie ich es immer mache. Ein Spiel muss nicht geil aussehen oder mega heftige Story haben, um gut zu sein. Und dieses Spiel ist eines von diesen, das Spiel hat weder krasse Grafik, noch Story, noch irgendeinen Replay-Value. Ich nehm gleich 10! Nummer 3! Ah, Super Mario 3D World, ein Klassiker. Wirklich ein schönes Spiel, welches... Hä, Mike, ich dachte, du packst jetzt mal keinen Remax und potzt in deine Liste. Habe ich nicht das letzte Mal Krankenhaus reif geschlagen? Naja, aber zu deiner glorreichen Frage habe ich eine gute Antwort. Denn man hat hier nicht nur Super Mario 3D World, welches selber schon ein richtig leises Game ist, sondern man bekommt gratis mit dazu, Bowser's Fury. Bowser's Fury fühlt sich an, wie wenn Mario Sunshine und Mario Odyssey ein Kind hätten und Mario's irgendeinen Grund zu einem Furry wurde. Das Spiel ist 3D Open World mit klassischen Elementen, welches das Ganze echt sehr unterhaltend macht. Es ist nicht sonderlich schwer, aber definitiv spaßig und das Extra-Taschengeld wert. Nummer 2! Platz 2 bin ich Wario Ware in Get It Together. Viele würden sagen, das Gameplay ist zu anders zu den anderen Teilen und sie finden es deshalb nicht so gut. Aber genau dieser Gameplay ist es, was es für mich so gut gemacht hat. In Get It Together steuert man verschiedene Wario Ware Charaktere und jeder hat seine eigene Art und Weise sich zu steuern. Auch wenn viele Characters einfach nur Oh, der hier kann springen und der hier kann springen aber höher sind. Die anderen Wario Ware Teile bestehen daraus, dass man selber ein paar Microgames spielt, aber hier spielt man als die Characters die Microgames durch. Ich bevorzuge das alte Schema zwar mehr, jedoch ist das neue eine schöne Abwechslung. Nummer 1! Kommt nach der Werbeunterbrechung! Wow, den Joke habe ich noch nie gebracht. Es gab noch so viele andere Spiele, die ich unbedingt auf die Liste tun wollte, aber es ganz knapp leider nicht geschafft haben. Diese wären... New Pokémon Snap! Ich war anfangs richtig gehypt und dann habe ich es gespielt. Es sieht schön aus, aber leider war es zu boring für mich. Es gab nicht wirklich viel zu tun, man musste immer die gleichen Level nochmal und nochmal spielen, um es hochzuleveln. Lame. Five Nights at Freddy's Security Breach. Das Spiel jetzt war noch nicht draußen, aber es sieht ziemlich cool aus und hey, beides ist FNAF. Patch Quest. Ein cooles Indie-Game, wo man auf Tiere reitet und man nach neuen Gebieten sucht. Ich habe es lame erklingen lassen, als es eigentlich ist. Checkt es mal ab, wenn ihr Bock habt. Delta Rune Chapter 2 Well, I'm sorry. Bradley, you're actually apologizing? I'm glad to be able to stone. Uh, it sucked. Oh. Huh? I mean, yes, I was, in a way. Apologizing for that, but... You had a crush on me, so... What?! Uh... Oh, oh, sorry. Billy's done be embarrassed. It's understandable, but I... I have to tell you that I really value your friendship, okay? Das Spiel ist fucking great und sogar gratis. The Binding of Isaac Repentance. Es ist Isaac, aber ein besser und doppelt so groß. Es gibt neue Bosse, neue Items, neue Ebenen, neue Gegner, neue Isaacs. Verprügelte Form von Isaacs. Es ist super. Und wie ich finde, besser als Afterward Plus. Game Builder Garage. Kann sich noch jemand hier dran erinnern? Ich auf jeden Fall. Und auch wenn ich selber nicht so viele Spiele bisher gebaut habe, war es einfach cool anzusehen, was man alles hiermit machen konnte. Okay, seid ihr bereit für die Nummer 1 auf dieser Liste? Ich sag's euch, Leute. Dieses Spiel werdet ihr niemals erraten. Es ist Pokémon. Ich mein, come on, ist eine Liste von mir. Wie kann da kein Pokémon Platz 1 sein? Pokémon Brilliant Diamond und Shining Pearl, oder wie es auf Deutsch heißt, Strahlen der Diamant und Leuchtende Perle, ist ein fantastisches Remake zu Diamant und Perl. Und das... Ah ja, noch ein Remake. Mensch mein, du kannst nicht mal dein eigenes Wort halten. Kannst du nicht immer die Fresse! Diese Remakes sind mehr als so Remakes, sind halt ein Bonus-Content aus Platin, haben viele Pokémon zugänglich gemacht, wie zum Beispiel Feuer Pokémon, die man im Original nur schwer auffinden konnte. Und das Spiel wurde nicht von Game Freak gemacht, was bedeutet, es musste eigentlich gut sein. Und hey, die Models sind alle Chibi. Die Chibi-Models auf der Overworld war für viele Grund genug, es sich nicht zu holen. Aber ganz ehrlich, ich finde die meisten sehen gar nicht mal so schlecht aus. Und die haben sogar manche NPCs größer, beziehungsweise kleiner gemacht, damit nicht jeder gleich groß ist, was ich ziemlich cool finde. Naja, okay, das kann man jetzt nicht unbedingt zu dem Pokémon sagen. Aber mein Punkt ist, die Grafik ist trotzdem voll schön. Und das als Grund zu nehmen, finde ich sehr schwach. Kommt schon! Gebt Sinne und Chibi-Dawn eine zweite Chance! Platz ist aber still das beste Game. Und das war die Liste für dieses Jahr. Hoffentlich werde ich diesmal nicht so krass gehatet wie letztes Mal. Vielleicht habt ihr ja das eine oder andere interessante Spiel auf dieser Liste entdeckt und wolltet sie euch mal genauer anschauen, zu dem ich stolz sagen kann, dass ich meine Arbeit hier erledigt habe. Lasst gerne eure Liste in den Kommentaren da und vergesst nicht, das Ganze war... Checkt auch meine anderen Top-Listen oder Adventskalender-Videos ab, falls ihr neu seid. Und habt einen schönen Tag!